Weißt du, wie dieses Bild heißt und wer es gemalt hat? Das Gemälde heißt der Hof eines Hauses in Delft und ist ein Ölgemälde auf Leinwand von 1658. Es befindet sich in der National Gallery in London und wurde im holländischen goldenen Zeitalter von Peter der Hoch angefertigt. Das Gemälde zeigt die für der Hochs mittlere Periode typische Wohnarchitektur. Die Details und Texturen des Gebäudes und des Innenhofs erhalten vom Künstler genauso viel oder mehr Aufmerksamkeit wie von den Menschen. Im Gegensatz zu seinem Landsmann Johannes Vermeer, der intimer in seiner Beschreibung des bürgerlichen Lebens seiner Zeit war, konzentrierte der Hoch sein malerisches Werk auf ein Thema, das auf dem ruhigen Leben seiner Zeitgenossen auf Promenaden, Straßen und Innenhöfen beruhte, wo es mit einem kostbaren Detail ging, repräsentiert die architektonischen Merkmale, alltäglichen Elemente und sogar die Handlungen der Charaktere.